Heute ist Dienstag, der 21. August 2012 und ich muss einfach mal hier eine Entwicklung dokumentieren, die ich hochgradig interessant finde. Und zwar mein Indoor-Outdoor-265-Tage-Garten oder sagen wir mal Gemüse- und Kräuterliefermaschine. Ich habe jetzt hier drei Quadratmeter oder zwei bis drei Quadratmeter meiner Wohnung verwende ich im Winter und nachts als Garten. Wenn es dunkel ist, wird es beleuchtet. Ich muss das Zimmer eh beleuchten und das sieht unheimlich toll aus. Das ist auch gut für die Luft. Die Luftfeuchtigkeit wird erhöht und mit Sicherheit, das ist hier eine gewaltige Menge Grün, das filtert eine Menge Luft. Das ist ja schon mal klar. Das produziert Sauerstoff und frisst Kohlendioxid. Okay, also die Sache ist auch so, das ist jetzt hier erst der Anfang. Also man sieht hier ja eine Menge Töpfe, da kommt erst noch was. So, okay, ich will jetzt mal hier mal kurz den Ist-Zustand beschreiben. So, jetzt haben wir hier erstmal, hier habe ich zehn Stecklinge von Pflaumen-Cocktail, genau genommen Pflaumen-Cherry-Tomaten, die aus den Geiztrieben entstanden sind und die alle anwachsen, ohne Wurzel-Hormon-Beschleunigung und so weiter. Gut, die werden mal richtig schön. Hier eine Sache, was ich neu entdeckt habe und zwar grüne Zwiebeln, beziehungsweise Lauchzwiebeln. Das sind jetzt hier fünf. Die habe ich mal, ich habe hier in diesen Balkonkästen jeweils ein Euro, die habe ich komplett voll gesät mit Lauchzwiebeln. Ja, da kommen pro Stück 100. Das ist, übrigens möchte ich noch was sagen zu den Kosten. Also das alles hat 50 Euro gekostet und hat jetzt schon, ich muss zum Beispiel nie wieder Kräuter kaufen. Also ich verwende eigentlich täglich Kräuter, da nehme ich meistens so tiefgekühlte, weil das ist am praktischsten. Und nur auch das Aroma ist nicht so toll. Aber hier von dem Kram, das Aroma, das ist einfach unglaublich. Gut, also hier diese zwei Dinger voll mit Lauchzwiebeln. Die werden auch bald rauskommen. Aber hier sind welche, da habe ich mir einfach mal so einen Bund im Supermarkt gekauft. Da sind ja Wurzeln unten. Die kann man einpflanzen. Ich wusste jetzt echt gar nicht genau, was Lauchzwiebeln sind. Zwiebeln, das sind praktisch Zwiebeln, die man komplett essen kann, ja. Und die schmecken super. Die habe ich heute Mittag verwendet. Die schmecken wirklich, die haben einen Mots Zwiebelaroma. Man kann die einfach abschneiden und die wachsen ständig nach. Die wachsen ständig nach. Ich muss nie wieder mal neben Zwiebeln kaufen. Übrigens hier sieht man diese Paprika. Die habe ich heute auch zum ersten Mal gegessen. Die sind ja sauscharf, ja. Muss man echt sagen. Aber auch gekocht, gebraten, angebraten, kann man sie essen. Also die sind nicht so scharf. Aber eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Schärfe war dann komplett weg. Aber roh war das. Oh, war das echt der Hammer. Gut, und da habe ich dann gleich die Samen gewonnen. Also die werde ich auch regelmäßig, sagen wir mal so, bei jeder warmen Mahlzeit. Ein, zwei von den Dingern da reinmachen. So will ich die Produktion haben, ja. Gut, also das ist hier, das ist fantastisch, diese Dinger. Die schmecken saugeil. Und außerdem ist da, ich möchte mal so sagen, wenn man begrenzten Raum hat, begrenzte Anbaufläche, bin ich der Meinung, man sollte Sachen pflanzen, die man komplett essen kann. Also an sich sind Pflanzen, die halt Früchte haben. Aber die sind im Grunde genommen eine gewisse Verschwendung. Besser sind halt Pflanzen, die man komplett essen kann, ja. Das ist eigentlich das wirtschaftlichste, das sinnvollste in so einem Konstrukt. Hier in dem Topf auch Lauchzwiebeln. Also ich habe jetzt massenhaft Lauchzwiebeln. Die kann man richtig, also bei YouTube gibt es da massenhaft Anleitungen, was man daraus kochen kann. Machen kann, also fantastisch, ja. Das ist also, das ist eine super Sache. Ich werde nie wieder mal neben Zwiebeln kaufen müssen. Ja. Paprika auch nicht. Ich will auch so weit gehen, dass die Tomatenproduktion, Ich meine, das sind hier übrigens in diesem Topf, das sind, die habe ich jetzt gekauft, ja. Da hole ich mir die Geiztriebe zum Beispiel von. Die schmecken übrigens also Wahnsinn, ja. Und wenn die dauerhaft in Blüte gehalten werden, ja, über die Licht, über die Länge der Helligkeit des Lichtes pro Tag, dann dürfte die Produktion recht ordentlich sein. Vor allen Dingen, da hier schon wieder 10 nachkommen. Und, ja, also da muss ich natürlich räumlich, muss ich mal sehen, ob ich, ich meine, wie gesagt, ich will das jetzt hier, es wird letztendlich die, die, der Platzbedarf in meiner Wohnung, der wird sich nochmal verdoppeln. Allein wegen dem, was jetzt schon in der Pipeline ist, ja. Das ist einfach, das ist einfach klar. Ja, aber irgendwo ist natürlich auch Schluss dann, also ist klar. So, gut, hier Basilikum, man sieht, oder man sieht es nicht, schon ganz schön gerupft, weil ich da regelmäßig Basilikum, hier, Thymian, das, ich mache in alle Gerichte immer ein bisschen Basilikum, was heißt ein bisschen, ordentlich Basilikum, Thymian, Schnittlauch, Petersilie, ein bisschen Rosmarin, ja, also alles, was ich hier so habe, das sind so meine Lieblingsliebstöckel, habe ich jetzt auch noch. Okay, so, ich gehe mal weiter. Gut, also hier in dem Topf, so eine Tüte Samen kostet 19 Cent, ja, hier so ungefähr, da werden ungefähr, ja, 30, 30 Lauchzwiebeln rauskommen. Hier werden ungefähr 100, da auch 100, ja, also das ist sagenhaft, ne. So, gut, dann jetzt hier weiter, hier ist Schnittlauch, und zwar sogenanntes Knoblauch-Schnittlauch, naja, das mit einem besonderen Geschmack hat. Hier jetzt was ganz Interessantes, und zwar Kresse. Kresse ist saugesund, so, und das Irre ist, die Kresse Samen, die müssen ja oben drauf gelegt werden, nicht mit Erde bedeckt. Das Lustige ist, ich habe die gestern gesät, und das Krasse ist, die keimen schon. Die keimen, es ist ja im Moment natürlich auch ein super Wetter für Saatgut, würde ich mal sagen, weil einfach, das ist ein tropisches Klima, das ist ja sagenhaft. Also die Kresse ist in einem Tag gekeimt. Ich habe das gar nicht, ich hätte das in Stunden eigentlich mal irgendwie testen sollen. Gut, nächste. Topf, Tomaten gesät. Tomaten gesät, die Tüte 19 Cent. Ungefähr, und zwar das sind jetzt normale große, also keine Sherry, das sind jetzt die normalen, so, und das Lustige ist, die sind jetzt auch da. Ja, nach, ja, vier, fünf Tagen, vier, fünf Tage, und die Tomaten, Samen kommen, keimen, ja, äh, gut, ähm, Thymian, die Tomaten, Basilikum, zwei, Schnittlauch, so, dann, was ja ein ganz tolles Gewürz ist, und was auch, äh, äh, wichtig ist, was gesund ist, was auch saugut schmeckt, so frisch, das ist, das ist, und zwar Petersilie. Also hier der ganze große Topf, drei Petersilie, und die eine, äh, Liebstöckel oder was, ich, ich weiß nicht, was es ist, ich hab das gekauft, weil es toll riecht, und, äh, ist grad frisch eingepflanzt. Also, Petersilie fantastisch, frisch gepflückt, ja, das ist, das ist ein Genuss, ne, da gibt's nix. Und, ähm, ja, dann hier noch mein, mein erster Topf, äh, da plane ich auf Dauer, weil das ein riesen Pott ist, mit riesen Volumen, mit ganz, ganz viel Erde, den kann ich auch kaum noch bewegen, äh, dass ich da, äh, ganz, ganz viele Tomaten, dass ich da einen riesigen Tomatenbusch draus mache, und zwar wahrscheinlich die da hier, äh, das sind so 30, 40, also, ist egal, das, äh, das kostet ja nix. Ich werd die dann alle da reinpflanzen, und dass das ein riesiger Tomatenbaum wird, sozusagen, das ist mein Plan. Gut, äh, äh, also es ist Wahnsinn, äh, wie das expandiert, und es ist auch Wahnsinn, ich mein, wie gesagt, hier, das, äh, wenn, wenn, in den nächsten Tagen hier, da wird das hier explodieren, dann, äh, kommt da, kommt da alles, äh, voller, keimender Samen, das ist, äh, es wird also, das wird interessant, und es ist wirklich stark, also ich kann jetzt schon meine Küche enorm bereichern, und ich denke mal halt, so frisches Zeug, äh, das ist auch, äh, wahrscheinlich ziemlich, äh, gesund, ne, würd ich mal sagen, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, und weiß ich, man kann ja da auch, ähm, alles Mögliche auch so, äh, verflüssigen, das ist auch so ein Plan mit so einem, wie zu einer Saftmaschine da vielleicht mal, auch das eine oder andere, äh, gut, so sieht das im Moment aus, was soll ich noch sagen, also wie gesagt, die Mischung, die Erdmischung, das ist wirklich, das ist, äh, äh, naja, ich würd mal sagen, 25% normale Blumenerde aus dem Supermarkt, und aber, einfach um das bisschen auszulockern, aber, ähm, der Großteil der Erde, das ist, äh, wirklich ganz frische, gute Erde aus der Natur, ja, weil, äh, ich will auch da keine Belastung, möglichst wenig Belastung haben, und da, wo ich die Erde hergeholt hab, da ist, äh, glaub ich, mit, äh, mit absoluter Sicherheit keine Belastung, ja, äh, hinsichtlich irgendwelcher, ähm, Pestizide oder Schadstoffe oder so weiter, gut, also sieht es im Moment aus, ich denke, dass, äh, äh, ich werd das fortlaufend dokumentieren, auch für mich, aber, äh, wie gesagt, ähm, vielleicht der eine oder andere, mir ging's eigentlich auch so, dass ich, äh, da von YouTube-Videos irgendwie hab ich gedacht, oh, das könnten wir mal machen, das ist eine tolle Idee, irgendwie, so eine gewisse, auch, erstens macht es Spaß, das so wachsen zu sehen, zweitens, ist es aus meiner Sicht, äh, praktisch, äh, äh, kostet das nix, ja, das kostet nix, und, äh, und vor allen Dingen, ich hab im Winter hier richtig, äh, schöne, blühende Natur, ja, äh, wo draußen dann alles grau ist und, äh, kalt und dann hab ich hier so ein Stück, wie so, wie so ein, äh, ja, Wintergarten, wie so ein, wie so ein botanischer Garten, den man besucht, ja, das hab ich dann hier bei mir, ne, das, ich find das stark, und wenn ich mal Lust hab, kann ich mal, äh, was superfrisches da mir holen, ne, also ich, ich find das, das fasziniert mich ungemein, diese, diese, dieses, äh, ja, diese Landwirtschaft, ja, dieses Anflassen, selbst, selbst Lebensmittelproduzierendes, ich find das stark, und vor allen Dingen, ich mein, der absolute Hammer ist ja einfach, der absolute Hammer, und allein deswegen sollte, sollte, sollte das jeder mal machen, der Geschmack, der Geschmack von dem frischen Kram, der ist einfach, der ist einfach sagenhaft, das ist sagenhaft, ich, ich glaub, äh, ich, ich wette, dass viele Leute das überhaupt nicht mehr kennen, ich mein, ich kenn's ja, äh, früher, bei uns, da hatten alle Gärten, und, äh, ich weiß, wie Himbeeren schmecken, Erdbeeren, Gurken, Äpfel, richtig frisch aus dem Garten, äh, wer, wer das noch nie gemacht hat, der weiß nicht, wie die schmecken, ich mein, ich sag ja nur, man sollte mal, äh, im Süden mal ne Orange essen, ne reife Orange, da wird man hier, glaub ich, ich, seit, seitdem esse ich überhaupt keine Orangen mehr, weil, äh, weil in echt schmecken die ganz anders, und, äh, ich bin mir auch sicher, ich würd mal unheimlich gern echt mal frische Bananen essen, ich wette, dass Bananen auch völlig anders schmecken, es wird alles grün geerdetes Zeug, und, äh, damit es lange haltbar ist, damit der Transport gut geht, und, und so weiter, ähm, aber hier wirklich ganz reifes Zeug, ganz frisch, äh, sich hier, äh, äh, zu pflücken, bis ich es einfach zu sagen habe, so, okay, ich mein, äh, die Gärtnerei ist jetzt bei YouTube nicht der große Renner, das ist mir schon klar, aber, äh, ich, ich find's super interessant, ja, und, äh, äh, ja, gut, das war's dann soweit, so, macht's gut, ciao.